genau wir haben ja oder nicht kreoten wo das sieht aber echt gut aus das ist glaube ich ganz normal geblieben genau und dann haben das so bis ein gott bin gespannt ob er am ende auf dieser diesen hip hop passen können in der story das sieht cool aus nicht falsch verstehen wie gesagt du bist ein gott ist immer noch eine lieblingsform aber ich finde es heute sieht in die kule aus bei barock aber Ich hab mir die Maske gelöst. Oh, jetzt habe ich einen Break. Perfekt. Wer hat das? Jo, sieht doch gut aus. Paham. Oh mein Gott. Ne, wir können Lifefree nicht diesen Schlag verpassen. Oh Gott. Ja, schade, kommt nicht. Aber Barbecom Ultrons klingt sehr nice.